Hallo zusammen, wir sind Thomas und Christoph Baumbart vom Weingut Baumbart aus Ingelheim am Rhein. Ingelheim ist auch bekannt als die Rotweinstadt. Heute haben wir euch unseren Frühbegründer R mitgebracht, sprich Frühbegründer Reserve. Warum haben wir uns dazu entschlossen, Frühbegründer zu produzieren? Frühbegründer hat in der Vergangenheit 90% der Rebfläche in Ingelheim ausgemacht, sprich es ist eine sehr historische Rebfläche, die für die Stadt Ingelheim steht. Und deswegen haben wir uns neben dem Spielbegründer dazu entschlossen, auch einen Frühbegründer mit in unserem Sortiment aufzunehmen. Der Frühbegründer Weinberg, mit dem dieser Wein gemacht wurde, ist eine sehr kleine Parzelle, um die 2000 Quadratmeter, 225 Meter über Null, ganz oben auf einem sehr kalkhaltigen Plateau, wo immer der Wind pfeift. Es ist eine sehr kühle Lage, wo die Trauben langsam reifen können und schöne Aromen ausfüllen können. Es waren minimalste Erträge nur, die wir in dem Weinberg geerntet haben, sprich 20 Hektoliter pro Hektar. Dementsprechend ist der Wein auch super konzentriert und wie er schmeckt, erklärt es jetzt der Christoph. Ja, also der Wein hat eine richtig starke Würzigkeit, so leichte Rostknoten, hat einen sehr guten Trinkfluss und eine große Dichte. Ist aber trotzdem elegant und macht einfach Spaß zu trinken. Genau. Und weil wir nur so kleine, sage ich mal, Mengen geerntet haben, haben wir auch nur 440 Flaschen davon. Deswegen greifst du, jede Flasche hat die Serienummer, ist super exklusiv, macht richtig Bock. Und ja, viel Spaß damit, wir freuen uns. Cheers! Cheers!